Hallo! Oh, da kriegste schon rein, weil ich so lang hast du ein Hallo gemacht hab. Vom Benni hier, vom Earthskin. Moin. Der Mongo ist wieder hier am Start mit seinem roten Helm. Der ist so hässlich, der muss sein Gesicht unter dem Helm verstecken. Das stimmt sogar. Ja. Okay, wir gehen dann schon mal Benni, ne? Alles klar. So, der Ding ist auch da. Weißt du, was ich am lustigsten finde? Ich hab den Helm auf und ich hab da drunter eine Sonnenbrille. Ja. Echt geil. Also nimm endlich deine fucking Hände hoch. Stirb, Junge! Hände hoch! Oh, der hat ne... Benni hat ne vollautomatisch, da hab ich keine Chance. Was? Will jemand gucken? Ah ne, hab ich schon. Ja, du kannst die wieder runternehmen, danke. Lass die oben. Okay. Äh, lass mal ein bisschen noch rumgucken. Okay, kannst runternehmen. Ich hab nicht mal Munition. Ah, jetzt sind sie runter. Gar nicht. Guck mal hier ganz rechts. H1Z1. Am Arsch. H1Z1. Viel gepatcht worden. Wenig gespielt worden von uns. Oh ja. Und äh... Und auch nicht besser geworden. Server gewiped worden. Und so. Oh ja. Und jetzt sind wir wieder hier voll am Start, ey. Und wir sind immer noch nicht besser. Das kann nur gut werden. Ich glaub nicht. Ich... Oh, hier sind noch vierte. Ich befürchte auch nicht. Ne, nicht wirklich. Crowbar... Okay. All in one cold medicine. Die nimm ich gleich mal. Ja... Ne, lass mal. Hast du gesagt, alles rein drücken. Mach ich. Ne, was soll'n das? Ey, du machst schon wieder was du willst. Der macht immer was der will. Ja, das stimmt. Macht er richtig. Auf jeden. So, Dummster. Dummster. Nee, hier ist nüch drin. Hier ist auch nüch drin. Hamster. Nee, Dummster. Oh mein Gott. Ein Hamster. Du hast'n Hamster. Ein Kompass. Hamster-Zombie. Ja? Okay. Haben die die Türsounds zum Teil verbessert? Oder verändert? Verbessert will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich bin hier in der Raststätte. In der Maststätte. 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 Bei Ark sammeln wir die Scheiße auch immer auf. Wo ist denn hier eine Raststätte? Jaaa, nee. Doch. Ach, das hier soll'n Raststätte sein. Wir brauchen was zum Düngen. Das ist keine Raststätte. Ja, aber wir nehmen ja nicht mal Seeds mit. Dann brauchen wir das auch nicht zum Düngen. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, und die Waschbecken sind immer noch aus Pappe? Wie sieht das von hier aus? hey was geht ab erstmal irgendwo base bauen boah was ist das denn für eine scheiße du hast doch eine axt nee hab ich nicht mehr wie die hat der dicke hier ne ich hab die liegen lassen und das messer mitgenommen alter ist das nein nein das war hier vorne glaube ich eine tanke hier ich gucke wir gucken jetzt alle irgendwo in der toilette von von der hier liegt sie nicht da war nicht hier wo hast du denn das messer aufgesammelt du weißt dass wir dich töten wenn du jetzt die axt nicht mehr rausbekommt das messer war in einem der häuser da wo du mir das hingeschmissen hast nee da habe ich dir die axt ich habe die axt gegeben das messer habe ich dir nicht gegeben ach ja genau da hat er wenn die mir in einem haus hier da war glaube ich gut dass ich mir alles so gut merken kann ach hier ist doch die axt guck mal kinder ja dann haben wir die auch ja mach ich doch dann gehen wir nämlich jetzt base bauen genau ist das so was wie bus bauen kommt freddie base bauen ja so wenig hui 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 ich bin johnny machete ne ich bin macheten johnny leute passt nur warum oh hier steht ein auto geht ab da fehlt es fehlen sparkplugs und hier ist aber ein helm drin wenn wir jemanden helme haben setz dich rein und guckt alter alter wie behindert dale da drinnen sitzt ey wie komme ich denn wieder raus aus dem autowatt und die scheiße ach so ok alter guck dir mal brennit an die das ist auch so überhaupt das ist auch so überhaupt ja kann sie denn da reingucken in der auto ein mit ein für dein Inventar ach so das ist wieder raus wieder mit dem mit von einem will ich nicht doch eine tolle Mütze wenn du willst du nennen nach jedem rein da ein ins auto und ein nice bei solchen baum fällen sagt er ja bitte aber schön langsam zum mit schreiben drauf kloppen warten bis der die achse wieder bereit hat und dann wieder drauf kloppen und er macht ja richtig rinde ab hier guck mal mache ich auch mit meiner machete hätte denn noch um der dicke baum hier ja dauert ein stück wo sie klein haben aber wenig drauf kommen für so einen dicken baum respekt im moment ich discover wie noch mal ein bisschen so kann nichts mitnehmen bei der tasche wir müssen überzeugt die tasche geben dass ich mir die bauen kann heulich rum das ist besser brauche ich vergessen ja weil du nix weißt das kann sein wir liegen noch zwei Wundlock ne ja auch cool und die gleich aufziehen wenn ich dir jetzt die achse von kopfhauen kann ich dein zeug haben ne was ach ich kann den bogen bauen nice ja irgendwo ne habe ich nicht die antibiotika kann ich nehmen knoppers kann ich hier mit reinhauen und dann kann ich einen Wundlock knoppers geil nice oder hast du nicht knoppers gesagt ne ne achso dann hatte ich das ne weißt du wohl ja mal wieder und so ist eigentlich ist eigentlich kein problem eigentlich immer das gleiche bei mir ja das ist lustig man kennt es so von mir man will es aber so nicht kennen nein 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 ja um da hier kannst du vielleicht mal noch ich bin nicht dein Freund ich bin dein Stiefbruder ich bin nicht dein Freund ich bin dein Stiefbruder du grausköpfiger Wichser jetzt liegt der Baum auf deinem Settel drauf gut gemacht so dankst du mir das also ich hab den schon genommen ja geh doch einfach ne kann ich die beiden locks ne die kann ich nicht mitnehmen die hast du schon mitgenommen ne die hab ich schon mitgenommen ne die hast du die locks hab ich nicht dann hier liegen sie hab sie dann nimmst du die mit ich find das verblüffend dass in so einen kleinen Beutel drei Baumstämme reinpassen ja ne ja so gehts noch ein Baum fällen basic check kann man hier noch mal hier kann man putz dicken liebe genossinnen und genossen ja ich heute hier versammelt um den Dale und den Benny zu verheiraten der Dale hat ja gesagt das ist eindeutig ja wenn die schweigt und das ist auch Zustimmung das stimmt damit kannst du den Benny jetzt ermorden oder den Dale je nachdem wer schneller ist wir können jetzt eine Hütte bauen geil eine Hütte bauen da hinten kommt ein Schleicher ein Schleicher ein Schleicher komm das möchte ich immer machen ja auch da hinten kommt ein Schleicher ein Schleicher du musst schon auch schießen ne ja ich hab gewartet bis der hier steht hast du es super gemacht hast du es super gemacht ich habe nichts gesagt so Erro nimmer zurück so auf jeden Fallo 20 Planks brauche ich also hau mal noch ein paar Bäume kaputt 20 Planks ja ich kraft in mir grad noch ein paar Eros aber er ist wieder hier so drei Stück mach mir jetzt ne Hatchet und dann hau ich mit auf Bäume Hatchet kann ich mal auch machen ja wo ist jetzt die Hatchet von weitem sieht das ein bisschen so aus als wenn hätte Benny so ein Flachmann in der Hand weil das nicht mehr mit uns aushält ja das stimmt aber so ich schau wieder mal um komm boah ich brauch mal ein paar Vitamine Multivitamine erstmal reindrücken hier Multivitamine wir sind Gamer ja hab ich mir grad rein ah ja hier in-game glaubst du dich fress sowas was ja trägt mein Körper gar nicht ey ich hoffe nicht ey warte 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 du nimmst ne 2 stößt mein Körper ja ne 2 das sind doch keine Vitamine das sind doch keine Vitamine ich lutsch nur den Zucker raus und dann spuke ich den Rest aus das stimmt wie sich das gehört wir haben Brandon hat da so nen Filter im Mund ja Auch Auch hat er mir voll den Baum vor den Latz ey hier ist ein zweiter Baum ungefallen wer war das denn was du lutz ja Icke ja Icke der ist auf meinen Baum drauf gefallen ja ist doch gut sieht doch geil aus geil ich find auch die Loks gerade nicht deswegen ja ist doch gut das reicht die Prinz immer noch nicht scheiße wie erkenne ich denn am Boden jetzt die Loks wo die sind gar nicht die hast du jetzt im Inventar weil du ja einen Satchel hast aber nimmst du die automatisch mit Kraft immer Blank wenn du Platz hast wenn du Platz hast ich muss ja das discovern ne nein Wood Plank vielleicht glaub nicht hab ich schon Wood Plank geht so viel wie geht oder so viel wie geht so viel wie geht so viel wie das gehen tut wie viel also hab ich jetzt 6 ok ja ich glaube dass du das nicht hast was hab ich nicht ne 5 6 aber bestimmt also zumindestens wenn Brennan nicht da ist ja stimmt Brennan ist ziemlich abschreckend auch so in einer Range von du müsstest den mal im real life sehen wie der aussieht auf jeden Fall warte wie viel wie viel Planks hast du 6 leg mir die mal alle runter bitte ich hol dir jetzt keinen runter was ist das denn jetzt ja gut sorry so ich hau den erstmal um so jetzt kann ich hier komm komm äh drop ne ist das ne jetzt ist zu spät nee dismantle ja dismantle das stimmt ich kann nix dismantle leg mal hier trocken Junge drop den shit ein stückchen näher bitte yo yo DJ drop den shit oh wie schön die da liegen wir sind Stern ich hab euch verloren ich hab mich verlaufen soll ich noch ein paar Bretter machen wir da ne ne alles gut doch mach mal wie liegen die Bretter nimm sie dir jetzt ja ich mein Inventar ist vollmann ich muss ich esse jetzt hier mouse fresh chicken da hab ich erst ein paar Blackberries jetzt hier ja der Dale ist ein Blackberry der Dale ist ein Blackberry da ist ein bisschen eklig Alter mir fehlt eine fucking woodblank ja der Dale wollte ja noch welche machen du hast ja nein gewagt ich kann noch eine machen nein nicht weil mein Inventar voll ist alles gut soll ich noch eine machen oder jetzt nein weg aus brav so ich hab jetzt ne fucking Hütte wo wollen wir die fucking Hütte hinfassen äh ja nicht hier ne in den Wood in den Wald irgendwo gut versteckt wo wir die selber nicht mehr wiederfinden oh Gott das ist aber eigentlich ne Idee ja auf jeden Fall äh lass die doch hier einfach zwischen die Häuser pflanzen da findet man die auf jeden Fall nicht ja kannst du zwei nebeneinander machen und dann hast du zwei Shakes nebeneinander ja nice und was ist der Vorteil wenn wir die jetzt hier hinbauen für uns oooh gibt keinen ja wir können die hier auch gar nicht hinbauen warum nicht wo ist das Problem Dale ist das Problem na diesmal nicht ue ue Hände hoch geht nicht jetzt ein Kopfschuss ich könnte ja auch den einen von den zwei Vorderzehnen wegschießen bam ok Brandon wir sind konstruktiv bei der Sache kann man oh ey wer hat jetzt mal ganz ehrlich Benny hast du dem Dale gezeigt wie man diese beschissenen Emotes macht boah das ist ja unerträglich der ist ja nur noch am kacken alter wer hat denn hier Muni gedroppt alter du kannst doch nicht lol warum legt der so viel Muni alter was denn wo hier nice Mainz oh das ist der Machete ja die hab ich da hingelegt achso dann lass ich dich bleiben am Arsch lass aber hier in der Nähe bleiben ja der war schlecht rausgedrückt wir können doch einen schönen Platz suchen ein bisschen so am Waldrand oder so auch ja eindeutig boah ey da braucht der mir direkt ne Hütte vor die Nase alter geil meine Hütte das ist ja voll krass passen wir hier alle rein? ne du nicht geh raus weißt du was das für ne Hütte ist? warte 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 alter geh raus raus aus meiner Hütte grad sah das so aus das wird's den Boden penetrieren ach lecker 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 das glaub ich drüber wächst nix ey da vorne ist noch ne Hütte ne? jetzt ist die Frage ne? dann bau die Hütte wieder ab, nimm die mit ne kann ich nicht aber ich kann noch eine machen ach haben wir wieder Ressourcen verschwendet hier das macht doch sonst der Burn immer nur das ist doch das macht das wächst doch alles nach das sind doch Bäume Trees ja und denk doch mal die Umwelt welche Umwelt? die Umfeld wenn du Umwelt äh um willst ah wie jetzt komm da hinten sind von mir, holen wir uns, komm oh hier ist der 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 ey rennt mal nicht so weit weg wieso? ja damit ich irgendwie noch halbwegs in eurer Nähe bleibe bleib du doch nicht so weit zurück ah gut hast recht wir sind zu der Hütte, 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 wir sind zu der Hütte ich bedrohle jetzt mit meiner Pastore, die keine Munition hat oh oh shit bist du tot? ne 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 leider nicht ne leider nicht ne leider nicht ah scheiße da ist mein Loot, danke Lootsteel hier liegt dein Pfeil ok es ist mein Pfeil äh, wollen wir hier ne Hütte reinbauen? neben die Hütte, ne Hütte neben die Hütte ne Hütte neben die Hütte das klingt doch gut warum willst du denn ne Hütte an der Hütte bauen? warum nicht? hast recht was hast du da für ein Gegenargument? ja, wie das aussieht an mir ja, Nachbarn, Mann guck mal hier, Dale, hier ist ein Klo oh, warte, warte, warte und ne Machete nur deswegen hab ich die Hütte ausgesucht weil da ein Klo ist, nur für Dale warte, 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 warte ne, ich guck mir das nicht an toll ich kann das nicht mehr ertragen ist aber schön ja, ey jetzt ist meine Headshot kaputt gegangen guck mal, ich hab extra schon Mundschutz gemacht hier damit ich halt nicht mal riechen muss was, ich dachte, da kommt, doch, da kommt ein Zombie, ne da ist ein Zombie Dale, Axt, ja ja, klar ja, klar really? ich hab den Baum grad umgehauen, indem ich wie so Minecraft-like mit der Faust dagegengehauen hab ist so stark, du bist er hat keinen Lock gedroppt hier ist, hier ist, äh, Lock wo? hier, bei dem Zombie really? ja, der hat das grad, entweder hat Dale das hingeschmissen oder der hat das gedroppt ich hab meinen Lock noch in der Tasche, drei Stück hier liegt noch, hier liegt eins hinter der Hütte auf anderen Seite ist der hier auf der anderen Seite, ja, genau hier ich kann das nicht mitnehmen, sonst hab ich dir das gebracht hey, mein gut, okay soll ich dir auch wieder ein paar Dinger machen hier, die, äh, die Planken mh, warte mal nee, noch nicht, warte you need the Sharp Tool, kannst du mir mal bitte kurz die die Axt droppen niemals gut danke okay dippi dippi, was brauchst du denn du bei dir? ich muss, ich brauch das, äh, um die Tools klein zu machen, um die Wood Planks, ne Wood Locks klein zu kloppen ahja und craften haben wir jetzt hier, das reicht nicht ich hab auch noch drei Wood Locks okay, dann hau die mal wieder zu Bretter zu ziehen jetzt, ich brauch nur die Axt, ich geb sie dir jetzt einfach hier, so, da liegen sie auf dem Boden sonst brauch ich ja ne Axt, warte, ich geb dir nochmal dazu ich hab auch ne Axt, ich kann ne Axt bauen okay, nein, nein okay, dann lass ich's boah, Dale, ey, jetzt langsam wird's nicht mehr lustig so, wir sind noch bei 19 Minuten ich sag mal, äh, tschö, bevor der Dale nochmal kacken geht alles klar so dann, vielen Dank fürs Einschalten, Leute tschüss auf Wiedersehen tschüss tschüss tschüss